Mit Lars, Pascal, Susanna, Alex und Jan wird die Lokalschlacht im Taunus ne harte Nuss. Meine Ente war zu trocken. Die hat einen Graustich. Es läuft nicht gut. Über Salat kann man sich streiten. Ist alles komplett weich. Wieso ist der überall so labbrig? Geil, Alter. Der ist voll verbrannt hier unten. Ach, du schass. Null Punkt. Die Woche startet im A wie Ambach bei A wie Alex. Oh, ich bin jetzt vorne. Und ich zeige euch, was Ambach ist. Anspruchsvolle Gäste sind Ambach. Ich finde das Fleisch ein kleines bisschen zu fest. Ist nicht ganz so saftig. Wenn ich das Fleisch von mir sehe, muss ich sagen, ich finde, es ist da noch rosa. Das hat er nicht ganz so eingesehen. Ich hätte mir vielleicht ein paar rote Zwiebeln gewünscht. Im Moment bin ich gerade am Einordnen, was der macht. Ist der Friseur oder ist er Kfz-Mechaniker? Aber in Tata kennt er so gar nicht. Auf der Karte war ja gar kein Eis mit deklariert. Alter, der eskaliert die Stimmung. Es ist Eis drauf. Das stammt gar nicht. Oh Gott, das wird.